Zwei Drittel der Deutschen wollen mit 63 oder sogar noch früher in Rente gehen. Grund erheblicher Arbeitsbelastung, Stress auf Arbeit. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, eine Umfrage bringt es zu Tage. Zwei Drittel aller Deutschen wollen früher in Rente gehen. Also früher heißt, vor der Regelarters Grenze in Rente gehen. Und zwar, wenn es geht, schon mit 63 oder sogar noch früher in den Ruhestand. Meine Damen und Herren, das wird die meisten Arbeitgeber in Deutschland überhaupt nicht freuen, sowas zu hören. Denn es besteht ja in Deutschland erheblicher Arbeitskräftemangel. Und ich zeige Ihnen mal einen Beitrag aus dem Tagesspiegel, der erst kürzlich veröffentlicht worden ist, vom 19.10.2023. Und dort geht es darum, dass es eine hohe Arbeitsbelastung und Stress gibt. Und fast zwei Drittel aller Deutschen wollen mit 63 oder noch früher in Ruhestand gehen. Ja, meine Damen und Herren, wenn das wirklich so eintreten sollte, und wir kommen ja jetzt langsam in die Babyboomer-Phase, dann wird der Arbeitskräftemangel in Deutschland, der ja jetzt schon extrem ist, noch viel schlimmer werden. Und ich bin mal gespannt, wie hier dann die Politik auf diese Maßnahme reagieren würde. Was auch offen zu Tage getreten ist in dieser Studie, ich sage auch gleich, woher die Studie kommt, ist, dass die Menschen sogar bereit sind, für den früheren Renteneintritt Abschläge in Kauf zu nehmen. Und klar ist natürlich, alle diejenigen, die nach 1964 geboren sind und mit 63 in Rente gehen würden, die würden dann bis oder dann 14,4% Abschlag für eine Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit in Kauf nehmen. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr hoher Abschlag oder sehr, sehr hoher Abschlag, den sie da in Kauf nehmen müssen. Aber letzten Endes, die Menschen sagen schlicht und ergreifend, dass der Grund dafür, warum die Leute so vorzeitig in Rente gehen wollen, schlicht und ergreifend ist, dass sie gestresst sind, dass sie überlastet sind, dass die Leute von ihren Arbeitgebern schlecht behandelt werden und dass der Arbeitsdruck in der Arbeitswelt permanent zunimmt. Das Marktforschungsunternehmen Cive hat im Auftrag von DDN rund 2500 Erwerbstätige befragt und als wichtigsten Ansatz für eine längere Lebensarbeitszeit wäre zum Beispiel für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder die Deutschen, die doch länger arbeiten wollen, eine freie Wahl der Arbeitszeit, Mehrgehalt, weniger körperliche Belastung oder Stress, das haben um jeweils 40% der Befragten gesagt. Eine freie Wahl des Arbeitspensums nannte ein gutes Drittel der Befragten. Die Wertschätzung durch Vorgesetzte ist ein wirklich nicht zu unterschätzender Punkt für Leute, länger zu arbeiten und das macht knapp ein Drittel aller Befragten aus, die dann sogar weiterarbeiten würden. Also wenn der Chef einfach auch mal sagt, Mensch, du hast gut gearbeitet oder hier hast du mal, was weiß ich, einen Übernachtungsplatz im Hotel oder du hast diese Aufgabe, die wir dir heute übertragen haben, super klasse erledigt, aber dazu sind oft die Leute, die Arbeitgeber oder die Vorgesetzten, auch aus persönlichen Gründen, leider nicht in der Lage. Grundsätzlich muss man feststellen, dass die Mehrheit der Erwerbstätigen nach wie vor keine Bereitschaft hat und gibt bis zum Renteneintrittsalter, also sprich bis zur Regelaltersgrenze, die ja für jeden individuell festgelegt werden muss, weiterzuarbeiten für Arbeit für Unternehmen, ist das sicherlich keine gute Nachricht. Also meine Damen und Herren, wenn Sie mit 63 oder gegebenenfalls mit einer Schwerbehinderung dann sogar vor dem 63. Lebensjahr schon in Rente gehen wollen, dann Rentenantrag stellen, aber Sie müssen wissen, Sie bekommen dann gegebenenfalls einen Abschlag. Das sollten Sie sich vorher aber ganz genau ausrechnen, überlegen, ob das Sinn macht oder Sie sagen schlicht und ergreifend, Sie suchen sich einen neuen Job, einen anderen Arbeitgeber und arbeiten da noch ein bisschen weiter oder aber Sie kombinieren einfach Ihre Rente mit einer weiteren Beschäftigung, machen auch viele Leute, aber das sind alles so Fallvarianten oder Varianten, die Sie gerne mal überlegen sollten im Rahmen einer Planung der Rente. Näheres zu diesem Thema und zum vorgezogenen Rentenbeginn, zum Rentenantrag, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de und wenn Sie Lust haben, können Sie ab 1.11.2023 wieder unsere neue Aktion in Anspruch nehmen, Altersrentenantrag für 299 Euro statt 399 Euro auf rentenbescheid24.de. Ich freue mich auf Sie. Ciao!